Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riever. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und Russland sind mit Blick auf die Krisen in Syrien und der Ukraine weiter uneins. Außenminister Steinmeier forderte bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lavrov in Jekaterinburg eine längere Feuerpause für Aleppo, um die Bevölkerung zu versorgen. Lavrov lehnte das ab. Steinmeier äußerte sich auch besorgt über die neuen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Nur ein paar Stunden ist der deutsche Außenminister in Jekaterinburg. In Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen geht es zunächst um die Lage in der Ostukraine und das Minsker Waffenstillstandsabkommen. Ich habe entgegen manchen Spekulationen, dass bewusst versucht wird, Minsk zum Entgleisen zu bringen, von beiden Seiten gehört, dass Minsk nach wie vor als Basis für mögliche Lösungen anerkannt wird. Es ist ein brüchiger Waffenstillstand. Ukrainische Soldaten und pro-russische Separatisten haben sich auf beiden Seiten der Front eingegraben. Beinahe täglich kommt es zu Schusswechseln. Man muss das Minsker Abkommen konsequent anwenden, meint der russische Außenminister. Die Schuld, dass es immer wieder Gefechte gibt, sieht er allerdings allein bei der ukrainischen Seite. In der Frage einer Waffenruhe für die syrische Stadt Aleppo kommen sich die beiden Außenminister nicht näher. Steinmeier verlangt eine deutlich längere Feuerpause als die von Russland angebotenen drei Stunden täglich, um die eingeschlossene Bevölkerung zu versorgen. Lavrov bleibt hart. Leider ist nicht ausgeschlossen, dass die Terroristen, so nennt Lavrov die syrischen Rebellen, längere Feuerpausen nutzen, um Waffen hinein und Kämpfe herauszuschmuggeln. Wie die Lage der Zivilisten in Aleppo verbessert werden kann, soll jetzt in Gesprächen Russlands mit den USA erörtert werden. Die Bundesregierung hat die Haltung Russlands angesichts der Lage in Aleppo als zynisch kritisiert. Das Elend der Menschen sei nicht zu lindern, wenn Russland und Syriens Präsident Assad drei Stunden Feuerpause am Tag verkündeten, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Er forderte die Führung in Moskau auf, ihren Einfluss auf Assad gelten zu machen. Immer mehr Asylsuchende aus Syrien erhalten in Deutschland nur noch einen eingeschränkten Schutzstatus. Hilfsorganisationen werfen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge deshalb eine Kehrtwende in der Entscheidungspraxis vor. So habe im Juli etwa jeder zweite Syrer nur noch sogenannten subsidiären Schutz erhalten. Für die Betroffenen heißt das, dass sie ihre Familien zunächst nicht nachholen dürfen. Radwan Osman lebt seit neun Monaten in einer Berliner Notunterkunft. Er ist aus dem Nordosten Syriens geflohen, will Frau und vier Kinder auf legalem Weg jetzt nachholen. Doch das geht nicht, weil er einen eingeschränkten Schutzstatus hat. Als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, dass ich meine Familie nach Deutschland holen kann. Meine Frau und Kinder sind in Gefahr. In der Vergangenheit haben fast alle syrischen Flüchtlinge einen besseren Schutzstatus bekommen, nämlich den nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Das bedeutet eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre und das Recht auf Familiennachzug. Der eingeschränkte subsidiäre Schutz bedeutet eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung und vor allem die Aussetzung des Familiennachzugs für zwei Jahre. Letzteres hatte die Regierungskoalition im Asylpaket 2 beschlossen. Seitdem dies im März gilt, sind die Zahlen derjenigen, die nur den eingeschränkten Schutz genießen, rapide gestiegen. Zuletzt im Juli waren es mehr als die Hälfte der syrischen Flüchtlinge. Für sie gibt es vorerst keinen Familiennachzug. Das Bundesinnenministerium verteidigt dies. Es werde seit März jeder Fall genauer geprüft. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und andere Experten wie Pro Asyl appellieren, der Familiennachzug für Syrer müsse bestehen bleiben. Die Lage hat sich in keinster Weise verbessert. Russland hat einen Krieg eingegriffen. Und andere haben eingegriffen, wer zurückkehren würde, ist in einer extremen Gefahr. Und deswegen müssen diese Flüchtlinge unverändert nach der Genfer Flüchtlingskonvention geschützt werden. Die Opposition kritisiert, die Entwicklung zu einem eingeschränkten Schutzstatus sei politisch gewollt. Man will signalisieren an die Syrer, kommt nicht mehr nach Deutschland. Ihr könnt eure Familien auf legalem Weg sowieso nicht nachholen. Die SPD hatte dem Asylpaket 2 mit dem Hinweis zugestimmt, die Neuregelung betreffe nur wenige Syrer. Kaum einer in der SPD wollte dies heute kommentieren. Einer macht sich aber für den Familiennachzug stark. Ich wäre das lieber ganz offen gestanden. Deswegen sprach ich eingangs davon, dass wir nur schweren Herzens diesem Kompromiss für die Dauer von zwei Jahren den Familiennachzug auszusetzen zugestimmt haben. Und deswegen werden wir aber auch besonders kritisch auf die Entwicklung achten. Noch ist unklar, ob die SPD das in Wahlkampfzeiten zum Thema macht. Radwan Osman hat auf jeden Fall Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Er wartet, wie die letzten Monate auch. Unterdessen sind bei einem Selbstmordanschlag auf einem Bus im türkisch-syrischen Grenzgebiet mehr als 30 Rebellen getötet worden. Ein Attentäter habe gestern abend westlich von Aleppo einen Sprengstoffgürtel gezündet. Die Aufständischen sollten in dem Bürgerkriegsland Kämpfer gegen die Regierungstruppen ersetzen, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die IS-Terror-Miliz bekannte sich zu dem Anschlag. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Ein Gericht in Hongkong hat die Wortführer der prodemokratischen Demonstrationen vor zwei Jahren verurteilt. Die Strafen fielen relativ mild aus. Zwei der jungen Männer müssen Sozialstunden ableisten. Der dritte erhielt eine Bewährungsstrafe. Tausende hatten 2014 mit ihren Protesten die asiatische Wirtschaftsmetropole über Wochen lahmgelegt. Kritisiert worden waren die Pekinger Beschlüsse, 2017 zwar freie Wahlen in Hongkong zu erlauben, nicht aber eine freie Nominierung der Kandidaten. Die AfD verzichtet trotz ihres Führungsstreits auf einen Sonderparteitag zur Neuwahl des Vorstands. Der sogenannte Bundeskonvent entschied sich gestern Abend in Kassel mit breiter Mehrheit gegen einen solchen Schritt. In der Partei tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen den Vorsitzenden Petri und Meuthen. Zuletzt hatten sich mehrere führende AfD-Politiker gegen eine Absetzung des bisherigen Vorstands gewandt. Im französischen Wallfahrtsort Lourdes haben tausende Katholiken aus zahlreichen Ländern Maria Himmelfahrt gefeiert. Die traditionelle Messe unter freiem Himmel wurde vom Erzbischof von Lyon gehalten. Nach den jüngsten islamistischen Anschlägen in Frankreich finden die Feierlichkeiten unter schrengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Dem Pilgerort Lourdes werden Marienerscheinungen und Wunderheilungen zugeschrieben. Auch am Wallfahrtsort Maria Eck bei Siegsdorf in Bayern beklingen die Gläubigen heute Maria Himmelfahrt. An diesem Tag feiern die Katholiken die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Der Münchner Kardinal und Erzbischof Marx hielt die Andacht. Vor allem im süddeutschen Raum finden an Maria Himmelfahrt feierliche Messen und Prozessionen statt. Vor 20 Jahren lieferte der finnische Konzern Nokia seinen Communicator 9000 aus. Das ist für viele der Beginn der Smartphone-Ära, denn mit dem Nokia konnte man erstmals auch im Netz surfen. Heute sind Smartphones aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Chatten, fotografieren, Videos schauen. Es gibt kaum etwas, was die kleinen Geräte nicht können. Mittlerweile nutzen drei von vier Deutschen ein Smartphone. Für Handysammler ist dieses eine Gerät immer noch etwas Besonderes. Das ist jetzt der Nokia Communicator. Wenn man überlegt, das ist 20 Jahre alt. Das wiegt auch noch relativ viel im Vergleich zu heutigen Geräten. Aber was da schon an Technik eingebaut war, das ist schon faszinierend. Fast 3000 Mark kostete 1996 dieses erste Smartphone mit Internet. Eine andere Funktion war damals noch wichtiger, der Faxanschluss. Zum Massentrend wurden die Smartphones aber erst, als sie günstiger und benutzerfreundlicher wurden. Kommunizieren, navigieren, fotografieren. Das Smartphone heute allgegenwärtig. Ich brauche es auch täglich und habe Verbindungen zur Familie, zu Freunden. Also ich brauche es jeden Tag. Es ist eine sehr gute Erfindung, finde ich. Man kann alles machen, E-Mails verschicken, Nachrichten verschicken. Man ist immer erreichbar. Die meisten Deutschen besitzen inzwischen ein Smartphone. Mobiles Büro, digitaler Zugang, Einkaufshilfe. Durchschnittlich 88 Mal am Tag schauen Nutzer hierzulande auf ihr Handy. Wir sind mittlerweile immer und überall erreichbar. Das heißt also, wir sind natürlich schon insofern abhängig, als dass wir da eine gewisse Einschränkung unserer anderen Wahrnehmungen mitbekommen. Und das ist nicht immer positiv. Das permanente Online-Sein, eine gefährliche Ablenkung. Außerdem sind die smarten Telefone auch gierige Datensammler, warnen Kritiker. Wegzudenken ist das Smartphone trotzdem nicht mehr. In Kalifornien haben mehrere tausend Menschen ihre Häuser wegen Waldbränden verlassen müssen. Auch ein Kantenhaus wurde evakuiert. Durch die Flammen, die etwa 170 Kilometer nördlich von San Francisco ausbrachen, wurden bereits mehr als 100 Häuser zerstört. Verletzt wurde niemand. Wegen hoher Temperaturen und großer Trockenheit breiten sich die Feuer schnell aus. Massive Regenfälle hingegen in Louisiana. In dem US-Bundesstaat sind die Rettungskräfte weiterhin im Dauereinsatz. Präsident Obama erklärte die unwerte Region zum Katastrophengebiet und ermöglichte so schnelle finanzielle Hilfe. Fünf Menschen kamen bislang ums Leben. Mehr als 10.000 Anwohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Seit Freitag stehen im Süden der USA ganze Landstriche unter Wasser. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 16. August. Dem Nordosten Deutschlands bringt ein Tiefwolken und ein paar Schauer, sonst sorgt hoher Luftdruck verbreitet für sonniges Wetter. Zu Beginn der Nacht gibt es im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter. Auch in Nordseenähe sind ein paar Tropfen möglich, sonst vielerorts klar. Morgen in der Nordosthälfte teils Sonne, teils Wolken, im Westen und Süden oft sonnig. Im Nordosten einzelne Schauer, im Süden später zum Teil kräftige Wärmegewitter. Heute Nacht 16 bis 10 Grad, in einigen Mittelgebirgen nur einstellige Werte. Morgen 18 Grad im Erzgebirge bis 30 Grad am Hochrhein. Auch am Mittwoch im Nordosten teilweise wolkig, aber meist trocken. Im Süden ein paar Schauer und Gewitter, sonst meist sonnig. Am Donnerstag zieht von Südwesten Regen auf. Auch Gewitter sind dabei. Am Freitag wechselhaft, aber es bleibt immer noch sehr warm. Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr. Seine Tagesthemen Islamunterricht in Deutschland, der türkische Verband DITIB in der Kritik und Korruptionsvorwürfe gegen Trumps Wahlmanager. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.